Du musst davon entfernen, egal was. Use das Wettbewerb, um den Elevator runterzubringen. Bis es runterkommt, hide irgendwo. What? Wo zu verstecken, wenn ich einen fucking Hammer habe? Das ist der seltsamste Aufzug, den ich je gesehen habe. So Anti-Mainstream. Eine dieser Töne ist die richtige Töne. Try and find the correct door. Eine dieser Töne ist die richtige... Oh ja, super. Die hier? Nö, sieht nicht so aus. Eine dieser Töne ist die richtige Töne. Try and find the correct door. Try and error? Wer ist das nicht? Gott ist das lame. Try and error? Also in dem Fall tut das einfach nur lame. Da gab's so viel... Ich hab da jetzt nichts gesehen, worauf wir halt achten müssen oder sowas. Ach komm, Männchen, du sollst auf Lichtgeschwindigkeit gehen und dann deinen Salto machen. Aua. Aua. Ah. Ich sah kein Zeichen von deinen Relativen, Bertie. Oh, du hast aus dem Egg-Carrier gelesen. Also vielleicht ist deine Familie noch da drin. Lass uns investigieren, Wanna? Ich weiß nicht, ob das Wack ist. Könnt ihr natürlich da schauen, aber... Hallo. Hallo, Metal Sonic. Was das andere Vieh ist, weiß ich gar nicht. What the fuck? Diese unsichtbaren Wände, auch die hier einfach... Die Wand, das war total sinnlos. Warum? Warum müsste man da eine Wand platzieren? Nein, das ist wirklich nicht richtig. Aber ich glaube, wir sind ganz in der Nähe vom Anfang. Ja, da drüben müsste das sein. Kannst du vielleicht nicht durch die Leiter springen? Du springst einfach durch die Leiter, okay. What the fuck? Jetzt finde ich so anstrengend. The train headed for Station Square will be departing soon. Station Square, ne? Ja, guck, ob das rote Ding irgendwas anderes sagt. Ja, okay, wo ist die Abflurtsstelle? Ja, okay, wo ist die Abflurtsstelle? Ich habe eine Idee, wo es sein könnte. Vielleicht da, wo die erste Statsch von Sonic ist. Nee, da ist zu... Da geht's zum Casino-Viertel, ne? Da ist rein gar nichts. Der train headed for the mystic ruins will be departing soon. Stimmt, durch den Barhof konntest man auch noch hier hin, ne? Und dann konntest du nicht nur durch das Hotel. Ja. Ja. Nein, da möchten wir nicht noch mal rein. Vielleicht hier? Ernsthaft? Ja, das sind sie! Oh nein, bist du okay? Du Idiot! Wie kannst du das tun? Aime ist in Rage Mode. Jetzt kannst du es! Man sollte nicht Amy anpissen, also zumindest in späteren Spielen zeigt sie, dass sie physisch stärker ist als Knuckles. Sie hat, glaube ich, mindestens einmal, ohne es wirklich zu merken, einfach weggestoßen. Ah, ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Okay, dann nicht. Das ist anders. Ich dachte nur, man muss dann vielleicht in die Dinger rein. Wow! Aua! What? Aua! Nicht! Ach, fuck! Warte, ich muss ihn doch da reinstoßen, ne? Warte, ich kann ihn gar nicht treffen. Ich kann ihn nicht treffen, wenn er seinen Angriff da macht. Fuck. Doch, diesmal ging's. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Warte, ich kann das machen. Warte, ich kann das machen. Nein! Kannst du flyern? Nein! 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 Wow! You did it! Now you three can live in peace again. I'm so happy! I'm going to try my best, too! Just watch me! I'll make that Sonic respect me! And by that time it's gonna be too late! I got up my map and it shows a place I wanted to go. Backed up my stuff, set out for adventure. I know that your lucky color is that cool shade of blue. But I'm painting myself blue for you. I guess I'm so easy to understand. I just do whatever comes to me naturally. Alright. I do understand the feelings of a bird again. The sphinx looks so cute, I had to shave it. He reminds me of Parsley when he's standing there alone. Makes me want to be his speciality. I guess I'm just a substandard girl. Mm-hmm. But there are nights that I have trouble going to sleep. Sweet, sweet, you're so sweet. So many things I want. Sweet, sweet, you're so sweet. I want to be a wonderful girl. Sweet, sweet, you're so sweet. I'm not simple-minded. Sweet, sweet, you're so sweet. And I will be a girl you probably need me. Just as much as I need you. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Are you okay? You seem to be a little. You don't have to worry about a single thing. We are free to get whatever that we want. We are also free to do whatever we want. And that's what we'll do. Yeah, that's what we'll do. We should live our lives the way we think it ought to be. Mm-hmm. Sweet, sweet, you're so sweet. There's no way to hide. Sweet, sweet, you're so sweet. Come on, settle our lives. Sweet, sweet, you're so sweet. I'll always be there for you. Sweet, sweet, you're so sweet. You're the best and worst that you can be. My sweetest time for eternity. Yeah, 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 yeah. Sweet, sweet, you're so sweet. So many things I want. Sweet, sweet, you're so sweet. I want to be a wonderful girl. Sweet, sweet, you're so sweet. I'm not simple minded. Sweet, sweet, you're so sweet. And I want to be a pearl. I want to see. Meet you just as much as you will meet with me. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sweet, sweet, you're so sweet. Mm-hmm. Sweet, sweet, you're so sweet. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Untertitelung des ZDF, 2020